das ist hier nö, ist wirklich nichts mehr ok, so ich sammle mal wieder auf pflanzen mal gleich wieder vielleicht machen wir das dann später irgendwann auch mal ordentlich dass wir hier so eine kleine Baumschule hier anlegen vielleicht die Bäume dann einzeln umrandet mit ein paar Steinchen oder so dass das halt alles ein bisschen kultiviert aussieht nicht so wild wuchs was auf hier, ich nehme mir noch ein paar Blümchen mit und das machen wir auch noch gleich guck mal, ja du und du auch so hier komm stell dich mal hier hin da wächst es doch schneller, oder? ne das geht hier nicht das geht glaube ich nur wenn hier ein Abhang ist glaube ich, gell? das geht nur an den Kanten ja genau na also ähm, Trick 17 ja, ich finde nämlich das sieht cool aus, wenn das aus dem Wasser rauswächst wachse! wachse! jetzt müssten wir doch bald mal hier zu Potte kommen, oder? ja ich weiß nicht, soll ich noch, soll ich mhm, wollen wir es noch ein bisschen höher machen? also das Dach meine ich so das müsste jetzt auf jeden Fall mal reichen habs, 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 habs habs hm Moment, ich schaue mal wie sieht das denn aus, wenn das das der Mut ist aufgegangen die Herren Stirnlein brangen Moment wir machen das mal auf Test so ja, gerade Fisch hingekloppt ja, und jetzt ist halt gerade Fisch auch wieder weggekloppt bauen auf und reißen nieder mit uns Arbeit immer wieder ähm das ist ja irgendwie falsch so da müsste dann ein Slap hin und hier das muss auch noch weg kommt alles weg hier wie scheiße Moment hier wieder Slap und hier die Treppenstufen die Treppenstufen die Treppenstufen oh, wir brauchen Treppen so, jetzt beruf ich guck's mir erst mal an Aua ähm 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 ich spreche mir mal durch den nicht vorhandenen Bart ähm gewählt mir besser und deswegen lassen wir das auch so ähm Treppen brauchen wir Treppen nicht nur der Papst ist zurückgetreten nein, Heino ist nach vorne getreten Treppen wie komm ich jetzt auf Heino? weil Heino der einzige beziehungsweise der Sänger ist der das arrso schön rollt er singt ja nicht blau 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 ist der ja ich mach's schon gleich richtig blau 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 ist der Enzian sondern er singt blau 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 ist der Enzian der Enzian der der auf jeden Fall rollt er das R ich kann's schlecht nachmachen was ist denn noch eigentlich von Heino mittlerweile ähm ich glaub viele kann's sagen dass ähm so jeder ab ich sag mal 14 oder so Heino jetzt gerade erst kennengelernt hat oder könnte ich mir vorstellen dass sich viele denken wer ist der denn hab ich schon nie gesehen so pass auf hier könnten wir ja vielleicht können wir so eine Dachterrasse oder sowas machen ich mach das jetzt mit Slabs mal zu einfach nur damit sie das Wasser drin sammelt oder keine Ahnung hey hier können wir noch Glas rein machen pass mal auf hier kann man eigentlich mittlerweile aus Glas kann man aus Glas kann man aus Glas Slabs machen mittlerweile Autsch wei wir haben gar kein Glas mehr wir machen mal noch ein bisschen Glas das ist was was mich jetzt interessieren würde wir können ja mal eine Folge lang wie Heino sprechen hei 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 so wie brauchen wir denn wahrscheinlich gibt es ja sehr nicht Slabs aus Glas aber die Idee ist gut oder müsste zugeben zieht der Mond an uns vorbei ähm 2 2 3 da 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 das gibt eine Scheibe da ist klar und das gibt einen Slab nein das gibt keinen Slab schon okay geht nicht aber ich finde das mit dem Glas trotzdem gut nur dann passt das oben irgendwie nicht wie macht man das jetzt wieder man könnte lass mich mal überlegen komm wir gehen erstmal pennen hier rein durchs Dach und einmal hinlegen die Vögelein zwitschern der Himmel lacht ja wie mach ich das jetzt mach ich dann nochmal Slaps hin oder was oder soll ich ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht warum geht das immer noch nicht das wärs doch jetzt mal gewesen aber nein also gut dann machen wir es doch so das ändert zwar eigentlich rein gar nichts vom außen nur von oben und so oft werden wir von oben wohl nicht aufs Dach herabgucken rumgeflogen wird ja nicht jetzt hätte ich was flogen mit Vögel verwechselt so nein hier noch und so wird hier die Schifftaste mal reaktiviert wieder so ein Dach fallen nein was mach ich denn das muss doch offen bleiben oh man hat mal für kurze Zeit mein klein hin will das Kommande übernommen so jetzt aber ein neuer Versuch das passt doch oder ja 3 und 3 waren das ne 3 so 3 so was so jetzt reicht das Glas nicht scheiße Moment aber komm her ähm nö nicht das ganze so das soll erstmal reichen komm her komm her nicht von unten auch hin such das mal Moment ja sieht gut aus so jetzt rein damit et voilà na wer sagt's denn guck mal hier meine Güte so jetzt machen wir endlich diesen Kackstift hier weg sieht echt mal beschissen aus ich hoffe wir haben uns eingecremt hallo so Ebola na der ist doch super na also Kinders na also jetzt sagt mal na das sieht doch sehr geil aus gefällt mir gefällt mir das gefällt mir so jetzt könnten wir hier vielleicht so eine kleine Terrasse oder so habe ich mir gedacht könnten wir machen tun tun lassen gell oder was meint ihr diese Tür machen wir noch außen hin was können wir noch tun so komm dran nicht so schüchtern sehr schön ja dann hätten wir schon die erste kleine Behausung so schön oder kommt mal hier erscheint sogar die Sonne hier durchs 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 was ist das durchs Deckendach Deckendach ich also manchmal also manchmal also da denke ich mir wirklich also manchmal denke ich mir echt warum oder wieso oder warum nicht durchs Dachfenster ein Dachfenster ist das ein Dachfenster einfach einfach nur ein Dachfenster man mit ja jetzt bin ich am überlegen mache ich erst eine kleine Aufnahmepause ich möchte nämlich mal gucken wie sich das Lenden äh wie sich das rendern lässt oder machen wir noch die Terrasse mhm mhm auch n mhm mhm wir machen eine kleine Aufnahmepause hier guckt mal ich zeig euch nochmal wollen wir nochmal kommen wir erkunden nochmal schnell was das möchte ich noch tun s abs 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 so Ah ich möchte nämlich auch den Ingame Sound ein bisschen lauter machen oh guck mal hier das ist wie so ein Flüsschen oder was ha Ah, das könnten wir hier dann vielleicht noch verbinden Und dann, hier haben wir Kohle Sehr geil Gucken wir mal an Aber keine, keine Schweine oder sowas Arschloch Das sieht echt cool aus Und das geht hier rum oder was, oder wie? Oder wie muss ich mir das vorstellen hier? Ja Sieht so aus Ich laufe mal nicht so weit weg, sonst verlaufe ich mich Was haben wir denn hier? Hier ist eine Höhle Okay Alles klar, weiß ich Bescheid, Alter, weiß ich Bescheid Geh weg Okay, dann laufe ich wieder zurück Leg mich Kann ich ja gar nicht, ins Bettchen lege ich mich nicht, aber Oh Guck mal, der Baum hier, der ist auch extrem geil, oder? Unsere keine behäusliche Unsere kleine Behausung So, okay Das war's Ich mach eine kleine Aufnahmepause Und wir sehen uns dann, äh, ja Gleich oder vielleicht im nächsten Part Oder weiß der Geier Bis dahin Tschüss Das war's Ich bin Büt1000 on Bauch seed Vielen Dank.